Die Europawahlen schockieren ganz Deutschland. Einige Influencer sind sogar bereit auszuwandern und das Land für immer zu verlassen. Es ist ein Schock, wie die Menschen in diesem Land gewählt haben, finden viele Influencer. Dabei haben sie in ihrer Instagram-Story immer wieder Informationen geteilt und gehofft, dass die Fans aus der Community sich mehr Gedanken machen, wen sie wählen. Über 16 Prozent bekommt die AfD. Das ist ein enormer Zuwachs. Und ein Rechtsruck ist in Deutschland spürbar. Jennifer Zaro erfährt von den ersten Hochrechnungen und möchte direkt die Koffer packen und auswandern. Eventuell lebt sie auch bald in Dubai, gemeinsam mit Dominik und Sarah Harrison. Auch die YouTuberin Dagi Bee ist fassungslos. Vor allem versteht sie nicht, warum so viele junge Menschen die AfD wählen. Sie behauptet, man möchte lieber die Vergangenheit haben, statt die Zukunft. Auch Senna Gamour, die wochenlang gepredigt hat, man solle aufpassen, dass die AfD keine Macht bekommt, ist entsetzt. Immer mehr Influencer denken nun ernsthaft daran, das Land zu verlassen.